Wir fragen die katholische Kirche, wie das steht. Hier ist Catholic Answers, das ist ihre Webseite. Was sagen sie über sieben Tags Adventisten? Adventisten vertreten ebenso die zwei protestantischen Schibolets. Ist ja faszinierend. Und Adventisten vertreten ebenso die zwei protestantischen Schibolets. Überholte Klischees, wir werden gleich sehen, was das Wörterbuch sagt über dieses Thema. Und was sind diese beiden Schibolets? Sola Scriptira, die Bibel als einzige Glaubensregel, und Sola Fide, Rechtfertigung allein aus Glauben. Das sind Schibolets, Klischees. Andere Protestanten, vor allem Evangelikale und Fundamentalisten, kritisieren dabei, Adventisten würden sich nicht wirklich dazu bekennen. Was beweise, dass sie eine Sekte seien? Warum tun die anderen das? Weil sie behaupten, wir sind werksorientiert. Wir sind Legalisten. Wir sagen, durch Gesetz werden wir erlöst. Warum? Weil wir es zu schwach erklären. Aber Katholizismus ist ganz eindeutig. Was wir glauben, Sola Scriptura und Sola Fide, Rechtfertigung allein durch den Glauben, sind Schibolets. Allerdings gibt es auch im protestantischen Spektrum von Lutheranern und Anglikanern bis zu den Pfingstern und Baptisten wenig Einigkeit, was diese zwei Schlagworte tatsächlich bedeuten und welche Glaubenslehren dahinterstehen. Der Siebentagsadventismus kann seine Sicht von der katholischen Kirche als Hure Babylons nicht ändern, ohne zuzugeben, dass er sich in der Frage der Sonntagsanbetung geirrt hat. Er kann aber nicht zugeben, dass Sonntagsheiligung nicht das Mahlzeichen des Tieres ist, ohne seinen Standpunkt zum jüdischen Sabbat zu ändern. Wenn der Siebentagsadventismus sich nicht selbst verleugnen will, muss er antikatholisch bleiben. Hm, faszinierend. Und dann sagt es noch, dogmatisches und moralisches Irrtümer, der Kardinal selber hat diese Antwort bestätigt. Schibolet, was heißt das? Eine alte Vorstellung oder Meinung, Redewendung, die allgemein geglaubt und wiederholt wird, die aber eher veraltet oder unwahr ist. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020